Ja, Schindy, wir treffen uns hier in einem deiner bevorzugten Ausgehspots. Du hast das hier ausgesucht, also Steiger hat das ausgesucht, weil er meinte, wir sollen ein Ghetto-Interview machen, weil Schindy ein krasser Gangster-Ropper ist. Wir wollten eigentlich einen Porsche Panamera Verkaufsraum machen, da wurde uns dann aber abgeraten, weil Porsche Bushido boykottiert. Finde ich ein bisschen asozial, aber naja, dann sind wir halt hier so auch schon. Dabei sind das doch die besten Kunden. Hast du mal in Zuffenhausen gearbeitet, in der Fabrik? Ne, ich hab mal in der Fabrik gearbeitet, auch Zulieferer von Porsche, aber nie bei Porsche selbst. Schade eigentlich. Ich hab mal bei Daimler gearbeitet, in Haslingen. Aber die bezahlen richtig gut, hab ich gehört. Wenn du da Nachtschicht so am Band bist, dann machst du schon gut Cash. Wahrscheinlich mehr als als Royal Monka Labelchef, ne? Mehr als als Rapper. Ja, wahrscheinlich, ja. Wolltest du sagen. Ja, vor allem auch dauerhafter. Und du kriegst auch noch ein halbes Jahr später, hab ich bei Daimler immer noch Geld bekommen, wegen Nachtzulage, Schichtzulage, Wochenendzulage. Und vor allem, die kriegen auch noch ein 13. Monatsgehalt, ne? Noch, ja. Das ist korrekt. Also, falls alles nicht klappt, dann bewerbe ich mich auf jeden Fall bei Daimler schön Nachtschicht. Als Schichtarbeiter. Ja, es gibt Leute, die haben nur Nachtschicht gearbeitet. Ja, ich hab auch immer, also ich hab natürlich nicht nur Nachtschicht gearbeitet, beziehungsweise ich hab nicht nur gearbeitet, ich hab natürlich Schule auch gemacht. Aber wenn ich gearbeitet habe, dann immer Nachtschicht. Und da waren auch gar nicht kaputte Leute und so. Das ist auch nach wie vor dein Lebensstil, wenn man so hört, wann du aufstehst, wie du dein Leben gestaltest, das ist eher Nachtschicht immer noch. Es ist schon Nachtschicht, es war eine Zeit lang viel schlimmer so, also bis so vor einem halben Jahr vielleicht, ne, bis so vor zwei Monaten bin ich vor sieben Uhr nicht ins Bett gekommen. Also ich konnte auch nicht schlafen, ich hab's mal so um fünf auch versucht immer, aber so vor sieben, halb acht, da ging gar nichts. Und jetzt mittlerweile bin ich voll froh, weil ich hab jetzt einen richtig geilen Rhythmus. Ich geh immer so um vier schlafen und um elf, so wach ich langsam wieder auf. Warum bist du immer wach? Du bist also momentan immer so bis um vier, Alter. Vier, fünf. Keine Ahnung, was machst du denn noch? Bist du dich müde um zwei? Nee, gar nicht, Alter. So ab vier werde ich müde. Früher war noch elf. Jetzt gerade bin ich richtig happy, weil ich hab jetzt so einen Rhythmus immer von vier bis elf schlafe ich. Davor war es richtig schlimm, da war ich teilweise so bis acht Uhr morgens wach. Da hab ich 16 Uhr geschlafen. Aber was hast du denn gemacht? Um 7 Uhr 20 oder so? Ja ey, da ging immer noch eine Folge Breaking Bad und noch ein Kippchen so und nochmal Beats durchhören und so. Richtig Idiot. Da hättest du gerne früher und schlafen ja, ne? Du konntest ja auch einfach nicht schlafen, ist ja auch gescheit belastend so zu sagen. Nee, aber jetzt ist cool, also so vier bis elf finde ich richtig gut. Weil vor elf geht ja eh nicht so. Weißt du was ich meine? Alle sind irgendwo, keiner ist wach, keiner möchte was machen. Stehst um elf auf, machst schön hier Ding, Frühstück und so. Und dann so ab zwölf dann sind auch meine Kumpels alle wach und so. Dann gehen wir erstmal schön ein Käpfchen trinken, Kippchen raufen. Und vor allem die Presse dazu. Es ist Eagle Gang. Es ist Eagle Gang. Wir haben voll viele Goons. Goon Goollas. Wir haben wieder fünf Money Boy Videos angeguckt. Ey, der ist der Beste, Alter. Boar Boy und Money Boy, der Hustler. Crash wie ein Millionen Euro. Swag out. Guck mal, der Gesichter. Oder noch ein weiteres Teil von Louis. Switch. Das ist alles nichts für mich. Das ist alles nichts für mich. Das ist ein weiterer Hood Report. Wir sind in der Root. Dean City. Das ist ein ganz normaler Tag in der Root hier. Es ist Eagle Gang. Es ist Eagle Gang. Goldgräber Gucci Gang. Ich habe einen Money Boy Konzert gesehen. Ja, wir sind hier die Ghetto Drinks am Sippen. Wie richtige Hoodniggers. Das ist, was uns schmeckt. Das ist in unsere DNA eingeplant. Das ist, immer das ist. Es ist, das ist. Es ist Eagle Gang. Uns geht's Gucci. Uns geht's Louis. Ja. Bist du geil. Über gut. Aber es geht schon Gucci. Ja. Uns geht's Gucci. Uns geht's Louis. Der alte Traum Arbeitslos zum Millionär. Ja, genau. Den verkörperst du ja auch so ein bisschen auf deinem Album. Ja. Es ist aber auch relativ asozial. Das Album? Nee. Der Traum Arbeitslos zum Millionär. Also gibt es keinen gesellschaftlichen Anspruch, dass du irgendwas tun möchtest, um der Gesellschaft nützlich zu sein? Nicht wirklich. Nee. Also ich sitze ja niemandem auf der Tasche. Ich habe noch nie Arbeitslosengeld bekommen oder so. Ich war einmal in meinem Leben beim Arbeitsamt. Da wollte ich mich einen Tag arbeitslos melden und am nächsten Tag selbstständig melden, damit ich diesen Existenzgründungszuschuss bekomme. Da haben die mir aber erzählt, dass der mir gar nicht zusteht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann halt nicht. Und dann haben die halt gesagt, nee, wir können Ihnen helfen, einen Job zu finden und so. Da habe ich gesagt, nee, nee. Ich habe mal, da war ich vielleicht so 15 oder so. Da waren wir in Griechenland im Urlaub. Und ich habe mein ganzes Taschengeld mit meinem Cousin versoffen gehabt, Alter. Und es waren aber 15 oder so. 15 oder 16. Ich glaube eher 15. Und ich hatte so mein ganzes Taschengeld versoffen mit meinem Cousin. Und es waren irgendwie noch so 10 Tage oder so Urlaub übrig. Und meine Eltern haben halt voll Terror gemacht. So, ja ey, wie kann es sein, dass du so viel Geld so in 5 Tagen so rausgeballert hast. Und dann hat mein Cousin mir gesagt, ey, pass mal auf. Ganz locker. Du kommst einfach mit so. Ich habe einen Ferienjob auf Baustelle. Ich so, okay, übergut. Dann bin ich am nächsten Tag so aufgestanden. Und dann hat uns sein Chef quasi von zu Hause abgeholt, so im Dorf, Alter. Und dann sind wir mit so einem richtig abgefuckten, ich glaube, das war Suzuki oder so. So ein Pick-up, so auf so einen Über-Berg-Hurt gefahren. Wo irgend so ein Millionär so ein Haushalt gebaut hat. Und das Geile war, der Typ hatte so einen Kaffeebecher. Aber der war voll mit Whisky, Alter. Der Chef oder der andere? Der Chef. Also der Chef, Manco und ich, wir fahren. Und der Typ trinkt so Whisky aus dem Kaffeebecher so um 8 Uhr morgens. Und da bin ich richtig geil. Trucker-mäßig, ne? Ey, dann bin ich da auf der Baustelle und so. Und dann letztens wie so zwei Schwein schuften, Alter. So in der prallen Sonne, Alter. So elf Uhr oder halb zwölf. Und ich hab voll Durst. Und damals hatte ich so ein... Ich konnte kein stilles Wasser trinken, das hab ich voll angeekelt. Also ich brauchte irgendwas mit Kohlensäure. Und der Typ sagt zu mir, ey, da in der Kühltasche sind Getränke und so. Und dann mach ich die Kühltasche auf. Da ist einfach nur Bier drin. Nur Bier. So alle möglichen Sorten, aber nur Dosenbier, Alter. Schöner Eis gekühlt. Und ich so, okay, okay, was mach ich? Ich hasse sowieso Bier. Ey, dann hab ich so auf leeren Magen quasi, da so um 11 Uhr morgens, so eine Bierdose geäxt. Und hab dann in der prallen Sonne weitergearbeitet, Alter. Und nach einer halben Stunde war ich so fertig, Alter. Hab ich so richtig in das Haus quasi, in den Rohbau gekotzt. Und der Typ hat mich ins Auto gesetzt und hab mich wieder nach Hause gefahren, Alter. Hab 20 Euro verdient. Und meinte er so, voll Paranoia. Der so, ey, nee, Mann. Wir müssen deinen Cousin jetzt nach Hause fahren und so. Weil die in Deutschland sind voll schlimm mit ihren Versicherungen und so. Und die nehmen mich auseinander, wenn die, wenn die mitbekommen, dass ich einen Minderjährigen hier arbeiten hab lassen und so. Ey, unglaublich, das war die beste Geschichte der Welt.